Yes! Wow, das ist... ...much zu close. Uhhh... ...nervig. Ich kenne das Lied von Art Attack nicht mal mehr, aber gut. Hm, ich glaube die Prozesse wurde entführt. Ja, das ist unsere Aufgabe. Scheiß drauf. Ciao, Prinzessin. Porto Diode. Stimmt, in Englisch hieß das Lied, glaube ich, Riko Haber. Äh, das Spiel... Keine Ahnung. Oh, ich verwechsel das gerade so mit einer anderen Welt. Ach, jetzt dürfte ich! Cool, jump and run. Juhu. Jump and run Passagen sind sehr gut hier im Spiel. tän Ach, jetzt hier bin ich runter... Upp, ja. Ja, das ist schwierig. Ich bin sehr gut, nicht hier. Ich bin sehr gut. Ach, halt. Na, schade. Schade, umgekehrte Staunen rein. Guck. Du brauchst auch die Mechalist-Möderdienste nach oben. Um das zu schaffen. Wenn ich mich rechts drehe, weil normalerweise so ein bisschen gar nicht hoch wäre. Ich bleibe nicht neben meiner Wand-Sprungskill. Geht auch. Die hier nicht funktionieren wird. Ach, okay. Hallo. Hä? Ich bin da oben. Was ist oben gewesen? Ich bin da oben. Ich bin da oben. Oh, es ist mir. Es ist mir. Es ist mir. Es ist mir. Scheiße, auch schon ein bisschen. Abonnieren doch, oder? Was ist mir? Dürür dürür. So, wo ist das rote Scheiße? Wahrscheinlich werden wir genau auf den anderen Ort, als wo ich ihn muss. Oh, ich sehe sie gerade haben. Nicht schön. Kann ich auch gut da oben sein? Unerfreulich. Wenn es denn so ist, dass es da oben ist. Ähm. Ich komme so nicht hoch. Das ist gut. Mein Mann. Das ist so hoch. Alles eigentlich. Oh, boi. Die Abos in der letzten Mission. Die war... Äh. Die letzte Mission ist schon wieder gut. Die mochte ich echt nicht. Die war eklig. Die straffe ich mitgekommen. Hr-hreinch. Ist irgendwas? Es geht diewqui. Nein. Nein! Uhhh wo 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 wo. What? Komm. Kira. Ah ihr montagier. Danke. Die ist noch nicht frei. Und die andere ist frei. Sehr schön. Fass das mal perfekt. Das heißt, du kommst nicht voll. Nein! Huch da! Raus, du bist! So komm ich da nicht raus. Nicht da hoch. Fisch hier. Easy. Eivin. Ach, wo kommt das rein? Das ist hier. Schau dich. Schau dich. Schau dich. Fick dich Mario. Fick dich. Fick dich Mario. Fick dich. Ja. Wunderschön. Nein! Ja, danke. Oh, scheiße, dass du so mit bist. Thank you. Politics. horror. Na, geil. Das sieht ja schon grauenvoll aus, man. Das ... ...igeröl ... ... Das ist noch ein Bereich des Machbären. Wieso bist du da runtergerutscht? Ahhhhhh!!!! ... wenFu ктоkom gow Show! Geht hoch! Nein! Wow! Fick dich Mario, du bist ein Arschloch! So, Game Over in 3, 2, 1. Du, nein! Was? Screw you! Fuck you, Game! Logisch. Glitcht einfach mal richtig durch. Gut gemachtes Spiel. Gut getestet. Was ist er denn für ein dummer Hurensohn? Was ist er denn für ein dummer Hurensohn? Ich glaube es nicht. Ey! Fuck you, Game! Ja, toll! Normalerweise kann es scheiß sein Ding. Screw you, Game! Screw you, Game! Screw you, Game! Oh, das weiß ich nicht. Nicht heute. Player des Zubel. Spiel ich, die lasse das auf der Scheiß. Ja, ja, das war easy. Zum Teil. Vielleicht. Oh, ich hab das mit den Füßen an oben. Heifschirm! Oh yeah! Heifschirm! 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 西! Auf der Spitze des Turms. Der's Wriggler! Stuck равно die Wriggler! Was auch immer das sein sollen. ein komisches Vieh hat es sich dort gemütlich gemacht. Es könnte das eines legendären Sandvogels geblag gefährlich sein, wie alles. Ich mochte den Postkampf wieder mal mit. Moment, da oben war ich glaube, aber wir hätten uns da rausgefunden. Ja. Aber wenn ja Grunder hoch oder war das gut, das sieht man nicht, weil die Kamera nicht wirklich einschübt, wenn wir Antennen. Ja, das konnte ich nicht tun. Oh, nein, mein Gott ist gewohnt. Ich ist wea ... Ich hab ... Oh ... Er ist super. Was ist das ? Ja, ich kann mir nicht meine Ahnung. Und das ist gut. Ich bin so gut. Halt! Ey, geht noch nicht wie eine Pflisse! Haaaah! So viel ist alles sicher! Boah! Geht, ja! Ja, wie denn? Wie soll ich dich wieder bei den Rand zum Rand bringen? Sie stehen sich erst mal gegenseitig ziemlich in den Weg. What? Are you freaking kidding me? Geht. Weg. Weg. Es reicht immer noch nicht. Weg. Wo schießt du denn hin? Stupid. Ja, geil. Weg. Weg. Danke. Weg. 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 Wow. Das war viel zu knapp. Bitte heilung. Irgendwo. Danke. Nächstes Level gut. So, von der anderen Seite. Da oben noch eine. Da braucht man noch der einfachste. Und nur einen. Alaharm! Alaharm! So, von der anderen Seite. Du schickst hier, du schickst hier. So. Mit der Blind Jump Dark Ja klar musst du wohl Was? Da bin ich nicht mit aufgesprungen, aber gut Au Natürlich, das Spiel wirst du nicht rein Wir sehen Hi Steven Wow, wir haben den Entwickler getötet Wo fliegt das Ding jetzt hin? Wahrscheinlich irgendwo ins Nirgendwo Natürlich, mitten dahin Ei Ne, wo ist das auch Wir wollen nur ein Sternchen spüren Wir wollen nur ein Sternchen spüren Weichern und weiter, jetzt kommt der Entwickler Ach Quatsch Es fließt kein Blut, also ist nicht brutal Hm, ich glaube die Prinzessin wird entführt Hm, scheiß drauf Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Nobody cares about the Princes Playa del Sol Wilder Wickler Widerstand Widerstand Widerstand